Der Rock bekommt neuen Styling Zuwachs. Kennt man ihn eigentlich meist in der Kombination mit Bluse oder Bläser, zeichnet sich jetzt ein neuer Trend ab. Nun ist es cool, das schicke Unterteil mit einem Pullover zu brechen. Ob dieser grobmaschig, feinmaschig aus Jersey oder doch Kaschmir ist, bleibt jeder Frau selbst überlassen. Folgendes ist dennoch zu bedenken. Umso edler die Materialien, desto edler der Look. Regeln gibt es bei diesen Trends keine. Nur kleine Tipps, damit das Styling auch wirklich gelingt. Falls das Oberteil länger geschnitten ist, kann man die Taille mit einem Gürtel betonen. Das bringt eine schöne Silhouette zurück, die der neue Rock mit Pullover Kombi richtig gut steht.